Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Nithox Tribut anzunehmen vom Item Intaktes Quoss Hirschgeweih im Gebiet Sturmheim. Bei den Koordinaten 50-33 befinde mich hier in einer Höhle. Den Eingang werdet ihr gleich sehen. So ist die Höhle hier auf der Map und ich muss jetzt intaktes Quoss Hirschgeweih und makellose Adlerschwanzfeder sammeln. Leg ich gleich mal los. So. Hier sind zwei Feidern gesammelt. Die Hirschgeweih sind auch hinzunehmen. In diesem Gebiet sein. Anscheinend wurden sie gerade von jemand anderem getötet. Dann kümmere ich mich halt als erstes um die Adler. 13 von 16 habe ich von. Das sind die Hirsche, die man für die Quest töten muss. Die gibt es auch weiter oben, aber wie gesagt muss ich wohl jemand anderem schon erledigt haben. So die Adler habe ich jetzt. So. 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 Nacht, geht ja flott. Und fertig. Jetzt gehe ich noch abkäfern. Moment, bin ich doch falsch, hier wies es, habe ich mich verschaut. So, abzugeben ist die Quest bei Kuka im Gebiet Sturmheim. Bei den Koordinaten 50, 32 in einer Höhle, hoffe ich konnte euch helfen, tschüss.